und starten noch mal das nächste ist mit dem krieg das ganze ist ein bisschen eine kleinere map auf der es aber nicht minder viel zu erledigen gibt ich habe wie immer gestern in vorbereitung chameleon und erkundung entdecke alle plätze gemacht leider dabei aber auch was ist leider relativ viele andere sachen auch wieder erledigt hier 12 von 17 erkundung habe ich schon geschafft aufgrund dass die meisten sich um verkleidung gehen wir sehen hier werden sie zu krankenpfleger das interessantes habe ich noch nicht werden sie zu james betty werden sie zum postboten entdeckten sie mittel einen krieg habe ich gehabt werden sie zum grillkönig werden diese kammerjäger in die robe gehüllt ausgestempelt habe ich auch aus versehen gemacht ich wollte darum eigentlich nach dem einfach normalen ausgang verkleiden sich als politiker habe ich ja alle verkleidungen 20 stück seiner zahl auf dieser karte und zum familienmarkler bin ich auch geworden und die musik dreht wieder viel zu laut auf ja providenz finden sie die hinweise ist halt missionsziel deswegen macht das auto auch automatisch wenn man rauskommt was haben wir hier noch geschafft stellen sie alle kellner ruhig helfen hellen west darf wieder ruhig gestellten eliminiert werden das auch hier so was besonderes wird im creek durchgeklingelt lenken sie einen anwohner mit der türklingeln abschleichen sie während der ablenkung des hauses ja das war jetzt auch zufall liefern sie bis der betty das paket aus finden sie dann einen weg in die ihre zu treiben warum das getriggert ist weiß ich nicht also ich habe das paket selber nicht ausgeliefert würde ich sagen ich habe das paket gefunden und aufgehoben und ich bin zu diesem typen geworden aber nun hundelenten rocken entdecken sie einen unerterirdischen tunnel auch das haben wir alter groll graben sie das kriegsbeil aus warum auch immer das irgendwo ist ein kriegsbeil auf dieser karte versteckt in dem busch zwei ziele das früher und die gegenwart nolan kassidy und der janus und klassiker habe ich aber nur hier fünfmal über alle missionen das ist ja wieder dieses ne sonst nichts müsste man ja auch mal beides haben eigentlich zwölf also als einstürmer würde ich sagen machen wir einfach jetzt zwei story bis so die geht ja relativ flott einmal um einen blick noch in die neue mission zu kriegen und richtig geht es dann hier nächste woche weiter also einmal halte ich jetzt die klappe und wir hören die einsatzbesprechung wenn ich danach gemutet werden sollte macht lärm gentlemen let's go over the plan the first constant is none other than jane is the legendary cold war spymaster a kgb senior officer and head of the six column special branch at lubienka jane is a certified genius and expert of counterintelligence he retired from the kgb in 1988 when he fell out of favor with the kremlin and affected to the u.s shortly after the soviet union collapsed now it is unclear when jane has stepped down as the constant but since 2004 he has been a resident of a quiet community in suburban vermont mr gray right so here's the catch as an elite kgb agent janus was trained to withstand interrogation and torture no amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to instead we will need to search his home for clues but if providence learns of our presence the game is up so we frame janus make providence think he was the real shadow client correct i will file a false ic a report claiming to have traced a number of calls from janus's house to the institute in romania the case will seem clear mr gray was only a figurehead janus was pulling the strings all along and by eliminating him we will have neutralized the militia once and for all however for this subterfuge to work you'll also need to deal with janus's security detail a providence herald and former secret service agent by the name of nolan cassidy intel describes him as diligent and inquisitive and we cannot risk that he contradicts our story to his employer seems workable i certainly hope so everything depends on this next move 47 you made this our fight now let's even the play in the playing field Musik Wittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees, and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus' unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former Constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Willkommen zur Mission oder ein anderes Leben. Ich glaube, wir sind die ganze Zeit wieder geäußert. Ähm, so. Hier ist die Parkbank. Wunderbar. 47. I've marked your map with several points of interest. Ja, ja, ja. Ah, guck mal, noch ein Koffer. Maul, sorry Mission. Rot-Krumm-Spur, durchgegrillt, raus zu verkaufen. Oh komm, fang einfach vorne an. Rot-Krumm-Spur. Ja, das ist der Immobilien-Makler, der schopft sich mit Muffins voll. Das wäre auch wieder eine Story, die wir machen könnten. Ja, ja. Hone, es ist mir. Du hast es? Ja, ich weiß, sie kommen für Sie. Ich muss erst mal meine Rounds. Hm, eine Worte zwischen Janus und einer residente. Das wäre ein guter Ort zu starten, um Janus' Leben zu starten. Ich wünsche dir, dass du näher bei diesem James Batty-Fellow. Ja, mach mal das auch. Ich dachte, dass es ein ruhiger Satz war. Aber es gibt so viele Letters. Du brauchst ein bisschen Hilfe? Du wißt du, Freund? Ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe. Es ist sehr nett für dich zu fragen. Die Leute in dieser neighborhood sind einfach so friendly. Das ist das, was ich wirklich liebe von diesem Ort. Kein Problem. Was du brauchst? Ich bin sehr leid heute. Chatte Leute in dieser neighborhood, du wißt? Also, ich habe dieses Paket für James Batty in Nummer 432. Kannst du es ihm sein können? Ich würde es nicht einfach nur ein Paket wie das, aber du wirst sehr interessiert. Ich könnte das tun. Haus Nummer 432? Ja. Big house at the bend in the road. It's under going fumigation at the moment, so you can't miss it. Just leave it in the mailbox and ring his doorbell and he'll come get it. He lives in his shed in the backyard, so it might take a few moments for him to show up. Consider it done. Thank you again. This place is just amazing. Helen gives away muffins and you're helping deliver packages. What a day. Was für ein Tag. Tolle Gemeinschaft hier. Alle sitzen nett. Super. Wie hole ich denn hin? Ja, ich liefere Paket aus. Also manchmal sind die Reaktion der NPCs auch ein bisschen verwirrend. Können wir kurz mal die Map gucken. Also ist wie gesagt hier alles ein bisschen kleiner als Mumbai. Und auch nicht so verwinkelt. Das macht das ganze doch ein bisschen angenehmer hier. Wenn auch nicht weniger spannend. Allein was man alles in den ganzen Häusern denken kann. So da haben wir unser erstes Ziel. Oder ne. Also eins der Ziele. So da geht hier rein. Damit haben wir auch schon Steckenpost erledigt. Auf gute Nachbarschaft. Ablenkung wird untersucht. Was ist der Plan? Holen sie sich die Klageschrift aus Bettisch Schuppen. Okay. Wahrscheinlich kommt der aber jetzt hier rum ne. Kann ich mich auch verstecken? Ei ei ei. Das ist nicht gut. So da haben wir die Klageschrift. Die Infos werden analysiert. Die Infos werden analysiert. 13 November. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Hier geht mal. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Direkt in die Hühle des Löwen Ah, da, 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 da. das gleich der typ hier durch die garage kommt das baugrundstück infiltrieren okay sieht man doch schon ganz schön viel bei dieser ganzen mission hier hober etage ist haus ist okay da ist die Die Schreiber haben wir auf die Schrauben. Sie haben die Frage gestellt. Ja, die Schreiber zu erzeugen. Was ist ein dummer System. Die Schreiber zu erzeugen. Bring die Schreiber zurück nach HQ und sie dort. Die Schreiber ist perfekt. Ja, das ist gut. Ja, die Schreiber zu erzeugen. Was ist ein dummer... Was ist das? Ja, die Schreiber zu erzeugen. Was ist das dummer? Ich finde den Weg um auf den Dachboden zu gelangen. Auch das sollten wir hinkriegen. Macht Gott sei Dank gar keinen Lärm diese Treppe. Ah, Band anlegen. Ja, ich verstehe. Du versuchst mich früher zu erreichen. Ah, da bist du mein Junge. Ja, es geht um die Schreiber zu sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Frederik war überlaufen, obwohl ich meine Verkommendungen. Ich würde eine Beziehung an erklären, von der Beziehung nach dem Dachboden. Das war eine lange und ziemlich komplizierte Diskussion zu untertaken mit der Phone. Du hast eine Beziehung vorgelegt. Du hast eine Beziehung vorgelegt. Aber im Endeffekt, es wurde entschieden, die Rolle zu den Dachboden der Washingtonen. Die Beziehung sahen ihre Ideen als eine Waffe von frischem Luft. Eine Waffe von frischem Luft. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Das war die Waffe von frischem Luft. 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 Ich verstehe deine Waffe. Ich werde sie sehen. Ich werde sie sehr gut sehen. Es scheint, wir haben viel zu diskutieren, wenn wir bald wiederkommen. Entschuldigung? Bis zum nächsten Mal. Wichtig. Das wird feststellen, dass Janus und Constanz bald wiederkommen. Ich glaube, dass wir heute die Partnern finden. Aber das ist sehr wichtig. Die Tape nicht spektiert, wo diese Gespräche stattfindet. Wir brauchen das letzte Bitte, 47. Wir wissen, dass Janus auf die Wittelton Creek durch Helikopter und dass er die Constanz in einem Moment. Ich denke, es ist Zeit, zu schauen in der Haus des Janus für mehr Beispiele. Natürlich. Können Sie sich hier mal ein bisschen unterhalten da? Ich könnte auch erst mal bei der Grillparty vorbeischauen. hier bei der Grillparty vorbeischauen. hier bei der Grillparty vorbeischauen. Richard, you are such a fool! How could you forget the glass? How could you forget the glass? Hier ist schön. Hier ist ein bisschen hier. Hier ist ein bisschen schlafen. Hier ist ein bisschen unterhalten. Hier ist es. Hier ist ein bisschen aus. Hier ist ein bisschen bei der Flucht. Äh, wie kommen wir jetzt nochmal rüber zu Janus? Wenn das hier das Haus ist, welches ich denke, das ist, dann äh... Ne, leider ist das das falsche. Oder doch? Ne, ist doch das richtige. Hier gibt's nämlich einen Geheimgang. Genau, und hier kann man mich auch relativ easy, ähm... Insel ausstellen, wie sagt man? Ach, ich bin sogar im Andenkraum, Leute, das ist ja echt wie ein Träumchen hier. Hier gibt's nämlich nur einen Typen, der hier rumläuft. Und irgendwo gibt's hier, wo man den reinpacken kann, da hinten, genau. Wie gesagt, kann man hier auch direkt, äh... Videokameras ausmachen, ist auch sehr angenehm. Oh, was geht denn da am Laptop? Also ist da kein Laptop, altes Gruppenfoto. Das ist das letzte Stück des Puzzles gefunden, 47. Während wir nicht mit den Namen oder Locationsen der Providenz-Partners haben, das gibt uns zumindest eine klare Bede auf der Konstant. Wir können ihn erwarten, an der annualen Gatheung der ARC-Society in November finden. Es sollte genug sein. Das ist das letzte Stück fertig. Der ARC-Society annuale Gatheung. 47, das ist es. Ja, Diana, jetzt laber ich nicht kaputt hier. Das ist das letzte Stück des Puzzles, die gefunden haben, 47. Während wir nicht mit den Namen oder Locationsen der Providenz-Partners haben, das ist auch Quatsch. So. Durchgegrillt, Haus zu verkaufen, Hausbesuch. Rauchen verboten, dafür haben wir da jetzt schon Zigaretten gefunden. Das gibt uns zumindest eine klare Bede auf der Konstant. Wir können ihn erwarten, an der annualen Gatheung der ARC-Society in November finden. Es sollte genug sein. Diese Musik zieht wohl nicht, was explodiert, ne? Da ist jemand, der uns erkennt. Ich glaube, der bewegt sich, ne? Wir versuchen uns nicht rauszufinden, dann gehen wir weg. Ah, mir fehlt wahrscheinlich die Stromschlüssel. Die Doktorze haben gesagt, dass du nicht zuhörst, Herr Janis. Ich weiß ganz gut, was die Doktorze haben gesagt. Ich bin meine Zeit nicht zu folgen, zu folgen ihre Rechämungen. Doktorze sind klublos, detectives Homöchens, rüberfüllend, um die Menschen zu spüren, um für... ... die Menschen zu spüren. ... die Kürze der Möchung, bevor der Patient ist, sogar tot. Sie haben keine Ahnung, wie alles funktioniert. Geht ihr weg von Fatalisch? Ich liebe Gunther. Aber wenn Mr. Janis möchte, dann will ich es nicht. ich denke mich ist das old microfilm in my contain important information all you need now is to find a device to read it on so sind die aus beschaffen sie einen schraubenschlüssel wo soll es sein da mich doch 1 habe ich gesagt ooohh irgendeine scheiß schuppen da hinten ist ein schuppen war der gemeint couldn't get it to the academy bitte jetzt jetzt hier auch noch schuppen da ist schuppen ahja wunderbar wie läuft er gegen irgend so ein blattaufen Nein. Nein, verdammt, ist jetzt wieder im Schlafzimmer. So, das erledigt sich von alleine, dann steht jemand hier auf der Seite. Ein Ziel erledigt. So, was haben wir noch hier? Ist ja die Frage, was jetzt für die anderen ist, ne? Will Nolan Cassidy ein Haus zeigen? Perfekt. Verkleiden Sie sich als Kellner. Entschuldigen. Das ist auch ganz cool. Da gibts nämlich auch. Ganz easy. Eine. Oh, ne, er bewegt... Nee! 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 Ich will jetzt Gartenjumping hier. Ja. Ja. Da lacht uns den Jungenherz. Bis dann. Tschüss! Exklusives Potenzial. was wir jetzt verkommen haben wir. Irgendwo hier, oben, versteckt sich nämlich. Sollen wir auch mal loswerden. Ohne ihn durchs Albes Haus ziehen zu müssen. Haben die keine Schränke hier? Doch da. Ich würde noch gerne wissen, was das Mikrofilm ist. Ich weiß, in irgendeinem Haus gab es so ein Mikrofilm-Abspielgerät. Mal auf dem Dachboden. Und wenn wir grad hier sind. Sollen wir ja eigentlich gucken, ne? Nein, das muss sogar jeder. Über dem Kinderzimmer. Ja, sehr gut. Jetzt hätte ich es geplant. Ich weiß, was das? noch ein hinweis gewesen fall für mich schon die anderen drei gehabt hätten na ja ob ich jetzt den koffer gelassen nicht so rattengift 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 erst mal hier raus aus dem haus das ziel ist auf jeden fall nicht isoliert der läuft wieder normal rum ich glaube ich war schon nie drin ach geile mariohalla plantage darf ich jetzt erst das ist ja lustig hier gibt es auch einen joint damit kann man auch den einen oder anderen betäuben vor allem den komischen kennst du die butch da oder wie er hieß da ziehen sie den muffin auf einem tablett machen holen hi there welcome to granny hi we guarantee that you'll never reach for a factory big treat again after you sampled our home made and locally sourced foods we're giving out free muffins today if you'd like to taste the difference for yourself hätte mal rein verarbeiten können ich bin schon sehr gut ich kann schon sagen ich habe ein perfektes kraft ich mache viel zu selbst ich finde es wirklich sehr leidig zu kuchen besonders du bist ein wirklich cooles bist du? du bist wirklich cool, nicht wahr? warte ich bin schon sehr gut ich fühle mich nicht so gut oh nein schade ich fühle mich nicht so gut wo der kotzen geht da hinten ist nämlich leider ziemlich viel los aber ich glaube der geht hinter die hütte das glaube ich ganz gut ist es nicht schaulich hier hatte gehofft ich krieg das in einem stunde hin und wieder ein bisschen mehr kurz nicht in den brunnen bitte so ist fein ja genau finden sie kässe die und nähern sie sich ihm ok sie sehen wir richtig geschäftlich aus er hat nebenbei eine kugelsichere wässer an das wegen glänzt sie so schön kugelsicheres jackett der schluss für haus für das haus steckt im briefkasten im blumentopf direkt vor dem haus gerade schon kurz panik aber kommt er jetzt soll mich wie viel zu schnell er kommt mal blumenvase ne hier runter nämlich zack die 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 Sie hat mir noch einen Muffelsteggen. Easy to get to Exits, dark floors, hide stains easily, a room with lots of potential. I don't know, I'm not really feeling it in here. What else can you show me? Ja, kommen Sie mit. Also sorgfältige Präsentation, da kommen Sie neben auch noch mit. Ah ja, alles ist in der Zeit, von vorhin. Ja, ja, ja. Kommen Sie doch her. Lass uns mal die Garage präsentieren. Das Ding ist, im Keller ist das, was er wissen, was der, ähm, gute, wissen möchte. Aber wie gesagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Das ist die Veranda, ein eigener Punkt. Oder nur der Garten. Das ist die Garten, die Manageable Size. Well-Placed-Schrubbery, useful for hiding yourself or other things. Treehouse, which affords an excellent overview of the adjoining gardens. And look at all those lawn lamps. Good thing it hasn't been raining. Eh, interesting, I suppose. Der Krankenpfleger ist ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Und da gibt's nichts mehr zu pflegen. This is the upstairs hallway. It connects all the rooms up here. Add a few closet. No, 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 no. Warum nimmst du denn den Dietrich? Was war das denn jetzt für eine Idee? Also 47 manchmal. Falls ich auch nicht so richtig, ne? Warum ist da oben eine Tür zu... Okay, hier oben brauche ich irgendwie einen anderen Schlüssel, warum rummer. Schnell gucken, ob hier alles zu ist. Ob hier offen ist. Und alles offen ist, meine ich. Sieht da gut aus. This is the upstairs hallway. It connects all the rooms up here. Add a few closets or a large box in a corner. And the room's practical value becomes apparent. I don't know. I'm not really feeling it in here. What else can you show me? A spare bedroom, in case you have a lot of house guests. It could also be used as an upstairs office. Or a storage space with easy access to the attic above. The room's Stay in a space. I don't know. It's the room. Not a storage space. I don't know. How much is it? How much is it? I don't know about it? Die Frage ob der Dachboden auch noch dazu gehört. Deswegen ist das zu hier, weil hier Blutstecken drin sind. Oh, okay. Hi, was war los? Die Böden und die Hände. Die Blutstecken zwischen den Blutstecken zeigt, dass die Person auf der ersten Zeit ist, aber sehr schockiert. Die Handprint auf der Bühne schockiert das. Die Person hat eine Bewusstsein nach 20 bis 30 Sekunden verloren. Wahrscheinlich bled aus in ein paar Minuten. Es ist eine große Chance, dass das eine sehr allergische Reaktion durchgeführt wurde. Oder eine strahlende Schmerz. Das ist eine sehr bezeichnete Deskription. Habt ihr das Polis-Report oder was? Ich arbeite in Forensik-Investigation. Unter anderem. Ich verstehe. Nun, lass uns hier raus. Hm. Scheiße, welchen Raum habe ich denn so nicht? Sorry. Hoch kommt er nicht? Hm. Äh, haben wir noch die Veranda oder was? Nee. Doch. Nee. Ja, mal kurz durchzielen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Unten haben wir noch was vergessen, glaube ich. Haben wir unten den Flur vorgestellt? Oder nur direkt das Wohnzimmer? Gibt es hier unten Flur? Das ist die Gäste. 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 Ich weiß. Sie sagten das. Das ist die Gäste. Das ist die Gäste. Vieranda vielleicht noch? Nee, ok, Vieranda auch nicht. Ähm. Badezimmer hatte ich auf jeden Fall hier unten. ist das hier hinten auf der flur ne ist nur wohnzimmer küche garage gut dann ist vielleicht doch noch mal keller und sonst weiß ich auch nicht so genau aber hier gibt es noch andere ob das unter und hier ist die basement usual boiling elements are to be found down here and it seems a room with a safe of some sort now that is more like it that looks just like a vault this this is very interesting there's got to be a switch or something close by right nice work force let's hope he doesn't set off the alarm somehow very nice go outside and check the garden i want to know how visible this vault is from the outside ground weird sloping like that you got it sir so you're looking to sell this for how much was it again 1.1 sounds about right i suppose that's not one reasonable and this vault unit looks quite versatile internal climate control and explosive laser security all the comforts of home yes quite interesting and a nice looking safe in here too any idea what the previous owner was using this for no idea maybe a mausoleum that's why but i think i can come up with some good uses for it all right i think i've seen enough all right i'm happy tell your firm i'm happy tell your firm both targets are confirmed killed but what was missing now for the presentation? Bis zum nächsten Mal. Nur gut, Leute, ich muss, ähm, oh, scheiße, oh, scheiße, sorry, jetzt leg ich jetzt das, dass du mir, äh, Mr. Frosty meint, natürlich, entschuldige, jetzt bin ich, ah, verwirrt, okay, ich muss hier raus, warum sag ich denn, äh, äh, Mr. Frost, mich hat's bisher immer noch nicht erwischt, so, ich geh jetzt die Mission beenden und dann ist Feierabend für heute, also, mit dem, äh, Hauspräsentation mach ich wohl nächstes Mal. Ich bin schon viel zu lang dran. Ich schläg mich hier noch im Kopf und Kragen. Ich dachte halt, Keller und Dings wären nochmal, ähm, zwei verschiedene Sachen. Ah, und hier ist der Mailman, boah, den hab ich gestern zum Verrecken gesucht. Der macht da an der Bus haltestelle Pause. Der fehlte mir, ich war das letzte Verkleidigung, Verkleidung. Ich hab den extra noch neu gestartet, ey. Na, fuck, ey. Na, glaub ich. Nun, da haben wir auch wieder vier Ständes dabei, würd ich sagen. Bombardier, vier Sterne, naja. Okay. War halt nicht sauber, ne? Wie viel Meisterschaft uns das noch gebracht? Ja, mach ich, pieps. Ich fähr YouTube weg, sorry. Keine Ahnung, was los war. Vollgas war ja mit der Explosion und so. Richtig dumm. Tabletten, tödliches Giftgut haben wir schon auch schon zehnmal. Parkschuppen. Begasung. Und noch die Sequenz. Begabung und Flüche. Danach ist am Feiern. Berlin, Deutschland. The Ark Society. One of Providence's more obscure outfits. I've heard whispers. A survivalist club for the global elite. Billionaires preparing for a global collapse. And now we know the Constants will attend their next gathering. So where is it? That's the catch. The report is redacted. No names, no location. So it's a dead end. So it's a dead end. I can't track them, not without ICA backup. Now, I'm no big shot analyst, but it seems to me Janus was the Ark Society's founder, so chances are they'll want to pay their respects in private. But it tracked the coffin. It's worth a shot. You all right? It comes back in flashes. Fear, anger, but like it happened to someone else. Your gift and your curse. What they did to you. Well, I spent a long time feeling guilty about that. Now, I wonder who got the better deal. Yes. Found something. What are we looking at? The ass end of nowhere. But this is where Janus' remains were shipped to. Our choice for a final resting place, wouldn't you say? Not bad. So we stake it out. Await to the next gathering. Then we waltz in and kidnap one of the world's most powerful men. Without ICA backup. Like I said, it's a long shot. We'll take it. That klingt on a richtig gute idee. Gut, mein Lieben. Das war der Hitwoch für heute. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die vorbeigeschaut haben. Vielen Dank nochmal anhand von Anders für den Follow und überhaupt sowieso. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Morgen werde ich wahrscheinlich auch einen Stream machen. Dann mit Donkey Kong Country dreimal wieder. Nachdem ich jetzt Douglas Tale überraschenderweise am Montag in einem Rutsch durchgespielt habe. Finde man auch als Highlight bei Twitch hier auf dem Kanal. Ansonsten die Folgen kommen jetzt täglich auf YouTube. Folge 2 ist vor 24 Minuten. Release 1. Ich war Captain Crash. Das war mir eine Ehre. Und sage Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye. Let's get the hell out of here. This is the upstairs hallway. Yeah, you said that already. It connects all the rooms up. A spare bedroom. Not this issue. Show me something else. It could also be... Hold on. Is this yours? Hey, you dropped something. Oh, look, you know. The attic. Not too much to say about it. It's small. Tends to be prone to a leaky roof. And likely houses various types of molds. What are you talking about? I don't care about some leaky attic. Get down here. This is all very interesting. Where's the real magic? You know. A hidden bunker. A mysterious room. Moving bookcases. So, und damit habt ihr noch kurz gesehen, ähm, was leider beim letzten Mal fehlte für YouTube werde ich das ja dann wahrscheinlich zwischenschneiden. Ähm, ich habe den Dachboden vergessen. Ähm, wenn wir jetzt hier in den Kühler, äh, in den Kühler, in den Keller gehen, ähm. Und diesen präsentieren, dann haben wir auch die, ähm, intensive Besichtigung. Und hier ist der Kühler. Die übliche Beiler-Elemente sind hier gefunden. Und es scheint, ein Ruhm mit einem Schiff. Das war's dann für dieses Video, ähm, ich schicke euch jetzt wieder zurück in den Rest vom VOD. Oder habe ich es am Ende geschnitten, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Captain. Ciao, ciao.